Hallo, willkommen bei Himbeere süß-sauer. Ich bin Yvonne und auf meinem YouTube-Kanal erscheinen wöchentlich zwei bis drei Videos. Am Montag dreht sich alles um das Thema Haushalt, Minimalismus und Ordnungssysteme. Seit vielen Jahren schon reinige ich meinen Haushalt nach der Flylady-Methode. Wie genau das funktioniert, erfährst du am Montag. Entweder in einem Extra-Video oder auch oftmals in einem Vlog. Denn seit einiger Zeit erscheinen auch regelmäßig Montagsvlogs, wo ich dich mitnehme durch meinen Alltag. Am Donnerstag und am Samstag dreht sich dann alles um das Thema Beauty. Es geht um Pflege und um dekorative Kosmetik. Ich öffne Beauty-Abo-Boxen, Wanderpakete, zeige dir Hauls und kreiere mal hier und da ein Augenmerker. Außerdem erhältst du Einblicke in meine mittlerweile umfangreiche Kosmetik-Sammlung. Nun aber lange genug der Vorrede, stöbe einfach mal durch meine Videos und meine Playlisten durch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns schon sehr bald wieder. Tschüss!